In genau dieser Welt wird das ultimative 3-Stunden-Ultra-Ultra-Hardcore-Deathrun-Event stattfinden. Über 100 Minecraft-Spieler werden über 3 Stunden verteilt gegeneinander antreten. Wer schafft es, die weiteste Distanz zurückzulegen, ohne dabei zu sterben? Sollten Leben verloren gehen, werden diese nie wieder regeneriert. Und sollte man sterben, ist man für immer raus. Und das kann ganz schön schnell passieren in einer Welt, die nur aus Hüllen und Stein besteht. Super viel Fallschaden, viele Monster und vielleicht sogar noch etwas mehr. Wer wird am Ende gewinnen? Oder wird es am Ende überhaupt noch eine lebende Person geben? Das erfahrt ihr in diesem Video. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, es ist ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Und schreibt in die Kommentare, in welchem Setting wir das Ganze nochmal machen sollen. Viel Spaß, endlich mal wieder mit einem Deathrun. 4, 3, 2, 1. Es geht los mit dem XXL Deathrun. Hört auf! Geht alle weg von meinen Bären! Oh, Holz, 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 Holz. Oh mein Gott, brauchen wir unbedingt. Okay, wir sollten uns direkt ein bisschen was mitnehmen an Holz auf jeden Fall. Auch ein bisschen auf Vorrat direkt natürlich. Oh Gott. Okay, Holz hat es super, super wichtig, ne? Also wirklich. Wir werden drei Stunden super viele Spieler in eine Richtung laufen und es geht am Ende darum, wer schafft es, die weiteste Distanz zurückzulegen innerhalb dieser Zeit. Ihr kennt das ganze Format, es ist endlich nach anderthalb Jahren zurück und ihr seht selber, was hier für ein Chaos herrscht. Ich werde natürlich auch mein Bestes versuchen, um eine möglichst gute Performance ranzuholen. Aber gerade am Anfang ist das super, super wichtig, so schnell wie möglich auch an Ressourcen ranzukommen, wie unter anderem Holz. Denn wir sind hier in einem ganz, ganz besonderen Szenario. Wir haben, ja, ein 100% Cave Deathrun am Start. Das bedeutet, es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwie an die Oberfläche zu kommen. Wir müssen dauerhaft unter der Erde bleiben, nur in einer Höhle. Und das heißt auch, dass teilweise sich hier die Crafting Tables geteilt werden müssen, brüderlich. Okay, ich glaube, wir laufen erstmal ein bisschen weiter, oder? Wir nehmen Eisen auf jeden Fall mit und sonst machen wir uns langsam in die Richtung. Und den Quip können wir uns früher oder später bestimmt eh noch holen. Oh Gott. Oh Gott. Und auch ganz wichtig, jedes einzelne Herz, das verloren geht, bekommt man nie wieder zurück. Wir sind gerade Platz 7, Freunde. Nein! Oh no! Minus halbes Herz. Let's go. Platz 6 gerade. Nein, was tue ich? Es wird auf jeden Fall interessant. Es wird sehr chaotisch. Lasst unbedingt einen Like da. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Für mich geht es jetzt erstmal hier mit diesem Anfangs-Mindchef darum, sich... Wir müssen erstmal gucken, dass wir ein bisschen Holz ranbekommen. Denn gerade wenn man in einer Höhle durchgängig ist, könnt ihr euch vorstellen, das wird auf jeden Fall krampfhaft. Wenn wir uns durch Stein mit der Hand schlagen müssen. Deswegen, wir können uns ja mal ganz kurz hier an dem Crafting Table bedienen. Und ihr seht auch aktuell rechts im Scoreboard, ich bin Platz 98 von circa 100. Ist, ähm, jetzt nicht meine stärkste Performance. Es ist auch das erste halbe Herz schon weg. Ist eher so semi-gut, aber wir müssen über die langen Strecke natürlich versuchen, wieder zu performen. Und ich möchte eigentlich so schnell wie möglich an Eisen rankommen. Denn all mein gesamtes Holz ist erstmal wasted, wenn ich das für Holz- oder Steinspitzhacken ausgebe. Mit weniger Herzen ist man nicht langsamer, ne. Mein Gott. Ey, mein Gott, ich verliere so schnell meine Herzen. Das Gute ist, wir haben ja noch ein paar übrig. Acht Herzen zu Beginn nach sage und schreiben sechs Minuten. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß haben werden. Und ich bin gespannt zu sehen, was für Taktiken benutzt werden, wie die Leute vorankommen werden. Und ich bin selber auch gespannt, wie ich hier performen werde. Ich werde jetzt am Anfang erstmal auch meine Holzspitzhacke verbrauchen. Was ist das? Ach, höher darf man nicht als das. Kurze Erklärung mal zu diesem wunderbaren Scoreboard, was ihr auch sehen könnt. Also ihr seht erstmal links meine Distanz, die ich zurückgelegt habe. Die liegen bei aktuell 230 Säger und Schreiben Blöcken. Das wird hoffentlich noch mit der Zeit ein bisschen mehr. Wir haben insgesamt 221 Herzen, die verloren gegangen sind, von allen Spielern zusammengerechnet. In der Mitte die restliche Zeit oben rechts dann die Anzahl von Spielern, die aktuell noch dabei sind. Und rechts daneben die Anzahl von Spielern, die gestorben sind. Ich sag mal so, es sind schon 9 Leute gestorben. Es tut mir auf jeden Fall leid an diese, Amigos. Aber ja, man muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Und ich hoffe, dass wenn mir hier irgendjemand mein Eisen klaut, nicht cool. Denn ich werde eine Sache machen, die super, super wichtig sein wird. Ich mache mir ein Schild. Wir machen uns auch einen Eimer. Für den einen oder anderen MLG in brenzlichen Situationen sehr praktisch. Und Wasser habe ich hier direkt auch schon gespottet. Das können wir hier direkt mitnehmen. Das wird weh, oder? Das wird mich abfacken. Das würde mich persönlich an der Stelle echt ärgern. Direkt die Eisenspitzhacke. Und falls ihr euch wundert, Basti, das ist doch ein Wettrennen. Was machst du gerade? Du chillst dein Leben. Ja, am Anfang ist das nicht unbedingt super, super notwendig. So schnell wie möglich jetzt voranzukommen. Sondern am Ende geht es darum, nach 3 Stunden noch am Leben zu sein. Und ganz vorne zu stehen. Und nicht direkt am Anfang in den ersten 10 Minuten. Das war bei mir schon immer wieder die Taktik bei Deathruns. Und ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen. Lieber etwas ruhig und über die lange Strecke gewinnen. Unser Holz seht ihr aber selber schon ziemlich knapp. Aber wir haben jetzt natürlich auch eine Eisenspitzhacke. Und eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, was ist das Schlauste, um sparsam mit Holz umzugehen. Ich denke eigentlich, sich eine Diaspitzhacke zu machen. Und auf jeden Fall mit dem, was man hat, sparsam umzugehen. Und jetzt gerade laufe ich auch zurück. Weil ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich genug Holz habe. Ich habe Angst davor, mit zu wenig Holz dabei zu sein. Falls ich später keinen Mindshift mehr finde. Deswegen, ich glaube, ich würde hier am Anfang nochmal ein bisschen mehr Holz mitnehmen. Mich würde aber natürlich auch interessieren, was die anderen so für eine Taktik haben. Wir müssen echt schneller. Murmulf, hast du eine Spitzhacke? Ich baue oben ab, du baust unten ab, okay? Schafft ihr das? Ihr seid so geil. Ihr seid so geil. Essen ist halt auch ein großes, großes Problem. Da muss man sich auf jeden Fall um Glowberries eigentlich kümmern. Aber so wirklich welche sehe ich jetzt hier nicht. Oh nein. Alright, eine Glowberry. Die können wir auf jeden Fall später noch anbauen. Ich glaube, dass die später sehr, sehr, sehr entscheidend sein kann. Ist schon ganz gut. Und jetzt geht es langsam los, ein paar Meter zu machen. Oh Gott. No. Mob Spawning ist aktiv. Ich baue unbedingt ein Schild. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Oh, Bro. Wir haben so wenig HP, ne? Das ist gar nicht gut, Alter. Meint ihr, wir sollen kurz für Rank 1 gehen und uns dann Equip machen? Komm, lass kurz für Rank 1 gehen und dann Equip bauen. Oh, das war gar keine gute Idee. Rank 1, let's go. Egal. Das überlebe ich nicht, oder? Doch. No. Was? Nein. Hallo. Ich komme hier nicht weg. Ich bin stuck. Nein. Ich bin so was von stuck. Wow. Digga, ich war ja so stuck. Alter, es sind super viele Mon- Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt hier noch richtig eklig. Oh, ich brauche Essen. Das tut gut. Sich jetzt irgendwie mit Krampfressourcen über Wasser halten. Ich muss jetzt einfach hier mal Strecke machen. Ich muss jetzt ein bisschen laufen. Jetzt ein bisschen durch. Den einen oder anderen Zombie mitnehmen. Stell dir mal vor, Karotte oder Kartoffel. Bisschen Futter. Und wir sind schon unter die Top 80. Wir müssen halt super sparsam mit unserem Stuff umgehen. Zwei. No. Komm, das sind noch mehr. Jawoll. Nice, ey. Okay, das ist halt huge. Die Apigex ist ein Game Changer, Freunde. Das ist sehr, 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 sehr geil. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Also wenn wir einen Sitz irgendwo durchbauen müssen, dann ist es halt, dann ist es ziemlich nice. Jetzt brauchen wir nur noch Essen. Wir haben bei The Way nach 20 Minuten schon 20 tote Leute. Und ich baue mich hier gerade durch Deep Slate mit einer Holzspitzhacke. Aber wir haben durch Zombie-Fleisch uns auf jeden Fall ein bisschen durchkämpfen können. Und währenddessen die Leute so langsam Bekanntschaft machen mit ein paar Monstern, Creepern, Skeletten. Das kann doch mal richtig, richtig eklig werden. Ich bin jetzt aber erst mit unserer Ausgangsposition eigentlich so weit zufrieden. Wir haben zwei Herzen verloren, sind aber noch bei acht, haben unser Schild zum Glück. Das Schild war so entscheidend in wirklich ekligen Situationen. Mal gucken, wie das weitergeht. Was wir halt machen könnten, ist eigentlich ein Einmaleins... Also wir könnten halt runtergehen in einen Einmaleinsgang. Ich glaube, das mache ich auch. Und dafür haben wir ja auch unseren Wassereimer. Das heißt, wir müssen weniger Blöcke abbauen, haben dadurch einen großen Vorteil. Ich muss aber nur aufpassen, dass jetzt kein Gravel auf mich runterfällt und auch keine Lava kommt. Alright, wir rüsten mal um auf Eisen. Eine Eisenspitzhacke für Diamanten möchte ich mir auf jeden Fall eigentlich noch übrig lassen. Und ich überlege gerade, ob ich vielleicht sogar noch weiter runtergehe. Ich bin momentan auf minus 41. Ich möchte wirklich Diamanten finden. Wenn ich keine Dias finde und vor allem ich brauche halt drei Stück, habe ich halt ein Problem. Aber so sieht halt ein Ultra-Ultra-Hardcore-Tournament aus. Es ist allein, wenn man es schafft, Stunden zu überleben, eine Leistung. Man darf nicht unterschätzen, Ultra-Ultra-Hardcore ist auch nicht ohne. Nein! Oh mein Gott, ja, das war's. Oh no! Oh no! Das gestaltet sich jetzt, glaube ich, als ein bisschen schwieriger als zuvor. Oh, ne Geode. Alright. Ja, bringt mir jetzt halt nur nicht so viel. Mich würde auch mal interessieren, wie läuft es bei den anderen? Stegi ist ja leider schon rausgeflogen. Gegen Mobs können wir uns halt wenigstens... Oh, Heiko Carscrafter auf Platz 4. Das ist halt richtig gut. Ja, ich bin... Ich kämpfe mich hier bei der 700er-Marke auf Platz 63. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit, um aufzuholen. Ich erinnere euch mal an die letzten Deathruns, die wir immer wieder gespielt haben. Ich war da am Anfang immer letzter hinten. Und dann mit der Zeit wurde immer wieder ein bisschen aufgeholt. Ja, die Eisenspitzhacke hält jetzt noch drei Duability aus. Ich würde mir aber eine neue machen können. Aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall nochmal einen weiteren Mindshift finden werden. Dazu sind wir aber geradezu niedrig. Momentan hoffe ich halt eher immer noch auf die Diamanten. Aber um einen Mindshift zu finden oder halt eben, weiß ich nicht, größere Höhlenabstätte, muss ich eigentlich noch weiter nach oben. Diamanten! Ja! Drei Stück! Oh mein Gott, wir haben eine Diaspitzhacke. Big! Absolut! Game Changer! Das ist halt so... So viel Durability. Sehr, sehr, sehr... Gut. Bro, ein Bogen? Ich habe sogar zwei Pfeile. Warte mal, eine Spinne! Ich könnte angeln! Bro! Wenn ich jetzt noch einen zweiten String bekomme, das könnte halt wirklich alles verändern. Wenn du mir einen String droppst. Let's go! Es wird geangelt! Es wird so lange geangelt! Ja! Let's go! Wir haben unendlich viel... Also, wir haben ultra viel Essen dadurch. Angel. Und wir machen uns auch noch die Diaspitzhacke. Bro, Game Changer! Und wir sind so im Game. Essen, Diaspitzhacke, I'm ready for everything. Also, for real. Das ist so gut. Oh, er läuft! Wie geil, dass er jetzt so komplett vorne ist. Das fühlt sich so geil, glaube ich, an. So zu wissen, du kannst jetzt unendlich Essen hier mitnehmen, weil dich niemand stört. Boom! Und wir haben unseren Fisch. Und wir holen auf! Platz 49 und wir knacken die Tausender. Und die Leute sterben weiter. Der Deathrun geht noch nicht mal 40 Minuten, Leute. Es sind fast 50 Leute gestorben. Und wir wollen das drei Stunden spielen. Da oben ist es geleitet hinter dem Busch. Er sieht es nicht. Der wird gleich da rauskommen und so einen Schuss abkriegen. Der Loser... Pass mal auf, du... Oh, ich freu mich. Oh, ich freu mich so. Warte. What? Alter, Digga. Digga, wie Hass erfüllt du bist, aber hä? Ja, sorry. Ich hab die ganze Zeit mich gef... Und Feister ist auch tot. Schade darum. Heiko. Heiko ist raus. Oh mein Gott. Aber bei uns? Der Dia-Boost. Oh mein Gott. Alter, die Diaspitzhacke haut so Tempo rein auf Cleanstone. So, wir haben die Top 30 geknackt. Sehr, sehr, sehr gut. Ich fühl mich fit. Ich fühl mich wohl. Sieht gut aus. Und die Leute sterben weiter. Lol. Also, was hab ich denn hier für ein Paradies gefunden? Alter, Axolotl-Paradies. Oh mein Gott. Hier können wir uns ja auf jeden Fall auch nochmal mit ein paar Fischen ausstatten. Das tut mir natürlich leid, aber kann man natürlich auch essen. Und haben wir vielleicht... Oh Gott, ich bin halt genau... Wir haben... Oh mein Gott, wir haben Holz. Wir haben unendlich Holz. Wir haben Azalea Tree. So, der ist halt Big, Big Game Changer. Ja, bitte reichen drei. Äh, nicht geil. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal um mehr Boom hier kümmern. Also, sind nicht spitzei... Ein bisschen schlauer. Ich rede gar nichts mehr. Ähm... Sechs Herzen reichen auch. Ja, sobald du halt in offenen Bereichen bist und so. Du gehst so ein krasses Risiko ein, weil... Auf einmal überrascht dich einfach mal irgendein Skelett. Du bist halt mit den Gedanken gerade bei einer ganz anderen Sache. Du denkst gerade nach... Okay, was nehme ich jetzt noch mit? Dein Inventar sieht so aus. Und auf einmal... Und wir sind in den Top 20, Leute. Wir holen ordentlich auf. Freie Bahn. Also, naja gut, so frei ist die Bahn jetzt auch nicht für uns, aber... Stück für Stück. So, immer auf Nummer sicher gehen. Und wir sind auf Platz 14. Wir durchbrechen gleich die 2000er Marke. Sehr, sehr wichtig. Das ist schon sehr, sehr riskant, was ich jetzt hier mache. Also, ich würde mich auch wieder freuen, wenn wir... Ja, weiß nicht, wieder im Stein sind. Also, so meinte ich das jetzt nicht mit im Stein sein. Und wir sind auf Platz 10. Wir sind in der Top 10. Sehr, sehr, sehr gut. Wir haben uns auf jeden Fall stabil zurückgekämpft. Jetzt innerhalb der ersten Stunde. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Achtung, 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 Achtung. Oh, oh, oh. Achtung, sie guckt raus. Einmal guckt, einmal guckt, einmal guckt, einmal guckt, einmal guckt raus. Trau dich. Oh. Jetzt, sie... Schieß. Nein, überlebt doch. Wieso wünschen wir den Tod? Bitte, ich habe hier auch gerade geweckt. Pass auf, pass auf, pass auf. Aber schieß doch jetzt endlich. Jetzt. Digga, guckt doch hoch, Skelett. Abgedichtet und ich habe so Zug in der Wohnung. Oh, was? Nein, oh nein. Sie hat sogar geblockt. Platz 9. Platz 8 holen wir uns auch gleich. Platz 7. So, Platz Nummer 6. Ich glaube, wir sparen nicht nur gerade unsere Duability, sondern wir sind halt superlucky. Und ich glaube, damit keiner das machen kann, was ich mache, baue ich mal ein bisschen auf eklig hier die Gänge zu. Wenn man, by the way, Tab drückt, dann sieht man ja so ein bisschen die Herzen durch. Da sieht man auf jeden Fall, dass viele Leute auf jeden Fall runter sind. Ich glaube, es gibt kaum jemanden auf 10 Herzen oder vielleicht sogar niemanden. Boah, Leute, das macht so Spaß. Das macht so Laune. Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Noch Eisen mitnehmen? Ja, oder? Ich meine, wie viel habe ich? Halben Stack. Ich würde schon noch ein bisschen mehr mitnehmen. Vielleicht machen wir uns halt wirklich noch eine Rüstung. Ich glaube, Full Iron Rüstung ist nicht dumm. So, Full Iron. Das ist doch ordentlich. Und wir sind in der Top 5, während ich mich nicht bewegt habe. So, und jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen selber bauen. Ist aber kein Problem, denn wir haben ja eine ziemlich stabile Diamantspitzhacke. Im Zweifelsfall haben wir genügend Eisen, genügend Holz, um uns auch selber Sticks zu machen. Das sieht momentan richtig, richtig, richtig gut aus. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen was selber bauen. Aber es war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Taktik von der Person, die sich vor mir befand, auf jeden Fall den Weg zu nutzen, wenn ich ihn halt schon entdeckt habe. Vielleicht finden wir ihn ja irgendwann wieder. Aber ich werde für die nachfolgenden Leute immer wieder ein bisschen auch zubauen. Was macht der denn jetzt? Der macht sich nicht unglücklich kennen. Sag mal, der legt es drauf an. Alter, das ist eine Spinne. Oh Gott. Jetzt ist er tot. Der kann nicht Minecraft spielen. Der ist so schlecht. Ist der schlecht? Oh mein Gott, ist der schlecht? Du, willst du auf die Spinne gar nicht alles hochklettern? Hä? Oh Gott. Ken Kanashi. Bro, ich fahre mich vier Blöcke hoch und denke, dass eine Spinne mich nicht killen kann, oder was? Ken! Was war denn das? 1000 Herzen insgesamt verloren. Bis zur Hälfte der Zeit. Crazy. Boah, come on. Das sieht hier... Oh ja! Ey, ich habe mir gerade schon Gedanken gemacht. Meine Diaspitzhack wird ja bald kaputt gehen. Da sollten wir ja vielleicht mal ein bisschen nachladen. Oh mein Gott. Yes. Oh mein Gott. Wir haben wieder eine neue Spitzhacke. Oh, noch mehr. Ich meine, wenn wir jetzt noch einen finden, haben wir auf jeden Fall noch... Also, dann haben wir zwei Diamantspitzhacken. Aber damit können wir jetzt erstmal auf jeden Fall ballern. Es ist... Oh mein Gott. Wir haben wieder einen Gang gefunden. Wir haben wieder einen Gang gefunden. Und wir haben die 4000er Marke durchbrochen. Also Platz 1, unfassbar krasser Abstand. Also der einzige Spieler, der bei 5000 ist. Man muss auch dazu sagen, er ist bei einem Herzen. Also das ist auf jeden Fall auch eine kleine Zitterpartie. Ansonsten alle bei Mitte, also in den 4000ern. Ich ja auch. Bin momentan jetzt auf Platz 7 wieder unterwegs. Aber der Abstecher für die Diamanten, die ich jetzt am Start habe, hat sich definitiv gelohnt. So, Platz 5. Mal sehen, wie lang. Aber momentan sieht es natürlich sehr, sehr gut aus. Ist das gerade Kelp? Man weiß ja nie. Kann man auf jeden Fall auch nochmal anbauen. Aber bevor ich mich jetzt mit Kelp voll baller, mal gucken. Bro, warte mal, was? Wir sind erstens Platz 4 und da ist eine Ocean Ruine. Was? Platz 4, Leute. Platz 4. Aber alter, Platz 1. Alter, das ist richtig krass, dass der schon fast bei 6000 ist. Diamanten haben wir theoretisch. Sogar noch eine zweite Diamantspitzhacke. Diamantspitzhacke weg. Neue Diamantspitzhacke ist schon am Start. Und wir sind kurz vor den 5000 Blöcken. Also 5000 Metern. Oh, oh. Wir sind in den unter 30. Aber bei mir ist auch eine 3 vorne. Wir sind dadurch jetzt auf Platz 3 gekommen. Ich ziehe aber auch ordentlich mit dem Tempo durch. Ich habe aber natürlich das große Glück, dass ich hier immer wieder den Gängen von den Spielern vor mir auf der Spur bin. Oh, Platz 2. Let's go. Aber alter, Elcrafter ist halt heftig weit vor uns noch. Man muss dazu sagen, der Kollege ist aber halt auf einem halben Herzen. Mal sehen, was das hier noch alles wird. Huh, Leute. So langsam kommen wir dann auch in Richtung letzte Stunde. Es sterben definitiv weniger Leute. Aber es sind schon noch ein paar Leute auf einem halben Herzen. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht sogar noch auf unter 20 gehen. So, ja, wir machen hier ein bisschen einen Tauchkurs. Soll mich gar nicht stören. Vielleicht sogar nochmal einen Diamantenauf nebenbei mitnehmen. Leider keiner. Und wir haben die 6000er. Die 6000er Marke durchbrochen. Oh mein Gott. Digga, was ist denn jetzt los? Ist ja der schönste Tag in meinem Leben. Ich bin reich. Alter, wir haben elf Stück. So, die letzte Stunde bricht an. Wir sind momentan auf Platz 2. Ich bin super zufrieden. So, die 7000er Marke wurde gerade durchbrochen. Das sieht sehr, sehr gut aus, Leute. Und so langsam steuern wir auf die 20er Marke zu. Ich freue mich auch sehr, dass wenn diese Diamantspitzacke gleich kaputt geht, dass ich dann einfach mal direkt eine zweite parat habe. Ich habe auch vor allem zu Platz 3 1000 Blöcke Abstand. Ist auch voll nice. Und wir sind bei den letzten 20 angekommen. Also, Leute, noch eine Dreiviertelstunde. Ich bin hier fleißig am Buddeln. Wir haben momentan auf den ersten Platz fehlen uns knapp 300 Blöcke. Also auf Langzeit holen wir gut einen. Aber es sind halt auch noch 45 Minuten und wir haben halt immer noch fünfeinhalb Herzen und Platz 1 ein halbes. Mal gucken. Ich bin generell gespannt, ob die 10.000er Marke noch gebrochen wird. Aber es sieht momentan sehr stark danach aus. Oh nein, unsere DIA-Spitzhacke ist kaputt. Hm. Dann mache ich mir halt wohl eine neue. Okay. 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 Kostet leider alles gerade Zeit. Aber gibt doch Knochen. Weiter geht's. Die 8.000er sind jetzt auch durchbrochen. Wir haben ein bisschen was verloren an Zeit. Ist aber nicht so dramatisch. Also lieber 150 Blöcke verloren als ein Herz. Boah, also die Zeit ist aber auch vorbei geflogen, muss ich sagen. Gleich sind wir nur noch bei der letzten halben Stunde. Bei 30 Minuten. 19 Spieler. Es sterben momentan echt viel weniger. Es sind aber noch viele Leute mit halben Herzen dabei. Also momentan 6 Spieler mit halben Herzen. Also die Gefahr ist doch relativ hoch, dass wir eventuell vielleicht sogar noch auf unter 10 Spieler gehen. Mal sehen. Das ist halt so wichtig. Wenn ich jetzt mit einem halben Herzen spielen würde, ich würde mich kaum trauen, durch solche Höhlen zu gehen. Das sind eventuell die Kleinigkeiten, die mir vielleicht ein bisschen immer wieder einen Boost geben. Das Problem ist, ihr seht meine Hungerkeulen. Ich habe noch eine Glowberry. Ich müsste halt kurz einmal angeln. Ich glaube, zwei Fische sollten aber für den Rest des Tournaments reichen. Ich könnte auch Glowberries einfach... Ja, true. Ich glaube, Glowberries ist schlauer. Ich brauche keine... Ich brauche das Bome nicht mehr für Holz. Ich glaube, ich sollte lieber dann darauf gehen. Die 9000er Marke wird durchbrochen. Es wird schwimmen. Es bleibt weiterhin spannend. Es sind 220 Blöcke. Es waren mal zwischenzeitlich 600. Und wie gesagt, der Kollege hat ein halbes Herz. Also Respekt, wenn er das jetzt hier noch durchzieht. Er hat nämlich schon sehr, sehr lange ein halbes Herz auch. Das ist schon echt beeindruckend. Und wir machen jetzt nochmal ein bisschen Meter. Weil ich hoffe, dass das hier gut geht. Oh mein Gott, Digga, guck dir die Cave an. Er kann gewinnen, Bro. What? Das ist die Champion Cave. Ja, es kam mal die Frage auf, ob man den Deep Dark finden kann. Kann man. Bro, wir könnten mal auf entspann gleich einen Warden beschwören. Bro, da oben ist die Oberfläche. Es regnet hier einfach durch. Wir haben ein bisschen aufgeholt durch die Aktion jetzt hier. Aber man muss da auf jeden Fall sehr, sehr aufmerksam spielen. Und jetzt wieder Meter machen. Come on. Bro, er muss ja auch irgendwie hier langgegangen sein. Er hat das alles hinbekommen ohne einmal Damage. Natürlich, dass Skeletters das einmal getroffen hat. Ärgerlich. Aber ihr habt ja selber gesehen, an was für einer Position ich da gerade war. Da ist auf einmal ein Deep Dark unter dir. Linke Seite Skelette Creeper. Rechte Seite Skelette Creeper. Puh. Ich habe auf jeden Fall langsam schwitzige Pfoten. Das ist hier echt intens. Und das freut mich. Denn das ist ein ultimativ geiles Format. Und solltet ihr noch keinen Like da gelassen haben. Leute, ich sage euch ehrlich. Da sollte auf jeden Fall nachgeholt werden. Jetzt nochmal. Oh mein Gott, die Höhle. Wir können ein bisschen aufholen. Wir können ein bisschen aufholen. Für die letzten 16 Minuten. Nochmal ein Deep Dark. Ich mache heute bei dem Block hinter mir immer nur schnell für Babyzombies. Boah. Oh mein Gott. Das wird insane. Nur noch 16 Minuten. 10.000 Blöcke wurden geknackt von ihm. Wir sind 60 Blöcke hinter ihm. 10.000 Blöcke. Jetzt auch von mir. Bro. Gott. Oh. Boah. Das war so knapp. Oh mein Gott. Der kann jetzt noch down gehen. Ja, ja. Bro. Das war so knapp. Heilige Scheiße. Was? Bro. Ein Skelett und ein Creeper. Also. Was macht der? Er ist tot. Er ist tot. Hä? Oh mein Gott. Was? Paid Actor. Paid Actor. Paid Actor. Paid Actor. Paid Actor. Paid Actor. Tod. Er ist tot. Oh mein Gott. Das Skelett hat mir geholfen. Auf die 1. Digga. Er gewinnt das. Er ist fast nicht jetzt einfach chillen. Holy shit. Digga. Auf die letzten 11 Minuten. Aber am Ende. Was hat er denn gespielt? Das war ja wirklich. Das war ja nur noch riskant. Alter. Er hat lange durchgehalten. Mit einem halben Herzen. Das muss man dazu sagen. Aber das sieht. Das sieht sehr solid aus. Also das sind 1500 Blöcke Abstand. Die in 11 Minuten zu knacken. Das wird schwierig. Na ja mal gucken was noch möglich ist. Wir spielen das jetzt hier safe noch runter. Souverän. Entspannt runter. Aber ihr müsst euch mal ganz kurz überlegen. Ihr wisst noch wie mein Anfang aussah. Bro. Ich hab direkt ein Herz verloren. Unnötiger Fallschaden. Holz kratzen. Ich hab kein Essen. Alles doof. Ich hab so. Ich hab wirklich gedacht, dass ich früh an irgendeinem Monster oder so sterbe. Aber dass das jetzt hier. Wow. Platz 2 ist auch noch gestorben. Da sind es über 2000 Blöcke. Oh. Das ist bitter. Noch kurz vor Schluss sterben. 99 Spieler insgesamt gestorben. 14 am Leben. Aber an die 14 Leute, die hier am Leben sind. Wirklich großen, großen Respekt. Das ist unfassbar stark gemacht. Und wir werden sogar noch die 11.000er Marke durchbrechen. 11.000 Blöcke werden auch noch voll gemacht. Ich hab überlegt, ob 10.000 möglich sind. Und jetzt stehe ich hier selber auf Platz 1 mit 11.000. Ähm. Oh nein. Blue ist auch gestorben. Und damit sind insgesamt 100 Spieler sind insgesamt gestorben. 11.111. Und... Den Tierhelm. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. GG's. Ultra geil. Ultra geiler Death Run. Wir sind am Ende auf Platz 1 gelandet. Mit 11.111 zurückgelegten Metern in Richtung Norden. Danke an jeden Einzelnen, der mitgemacht hat. Es hat ultra Spaß gemacht. Es war ultra, ultra geil mit der Community solche Events zu ballern. Immer wieder gerne. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst unbedingt ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Und schaut auf jeden Fall gerne auf Twitch vorbei. Falls ihr eventuell mal bei so einen Events mitmachen wollt. Ultra geil. GG's an alle. GG's an alle.